Hallo liebe Leute, wir sind gerade auf dem Kahlenberg. Der Kahlenberg ist ein wunderbares Ausflugsziel der Wiener. Immer wenn die Sonne scheint, kommen wir hierher und genießen die wunderschöne Aussicht hinter mir. Ich habe mir gerade eine Melange und einen Apfelstrudel bestellt. Melange ist ein schwarzer Kaffee mit Milchschaum. Das sieht so aus, das ist der Milchschaum. Und Apfelstrudel ist international, den kennt schon jeder. Aber in Österreich essen wir den Apfelstrudel mit Schlagobas oder kurz Schlag. Schlagobas ist das österreichische Wort für Sahne. Jetzt genieße ich den Frühlingstag und wünsche euch einen schönen Nachmittag.